Willkommen bei der HOKOBOOK. Heute erfahren Sie Interessantes und Wissenswertes zu unserer Kfz-Haftpflichtversicherung und zum Erweitertenschutz, die Teil- und Vollkaskoversicherung. Starten wir mit der Kfz-Haftpflicht. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine Pflichtversicherung. Ohne eine bestehende Kfz-Haftpflicht dürfen Sie in Deutschland weder ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr fahren noch zulassen. Die Haftpflicht ist somit ein vom Gesetzgeber vorgeschriebener Teil der Kfz-Versicherung. Wann greift eine Kfz-Haftpflichtversicherung? Wenn Sie mit Ihrem Fahrzeug, zum Beispiel Ihrem Auto, das Eigentum oder die Gesundheit eines anderen schädigen, übernehmen wir, wie es so schön auf Versicherungsdeutsch heißt, die Prüfung und die Abrechnung der Ansprüche. Ist alles okay, zahlt die Kfz-Haftpflicht sowohl den Schaden am fremden Fahrzeug als auch die Behandlungskosten für Personen, die durch den Unfall mit Ihrem Fahrzeug verletzt wurden. Schäden an Ihrem eigenen Fahrzeug deckt Sie aber nicht ab. Dafür benötigen Sie eine Teil- oder Vollkasko. Dazu später mehr. Konkret deckt die Kfz-Haftpflicht folgendes ab. Sachschäden an fremdem Eigentum, zum Beispiel Schäden am Auto des Unfallgegners oder an Leitplanken oder Gebäuden. Personenschäden, die durch einen von Ihnen verursachten Unfall entstehen. Wichtig dabei, es geht immer nur um andere Personen, die geschädigt wurden. Sie selbst sind als Fahrer nicht abgesichert. Und auch bei Vermögensschäden, denen weder ein Personen- noch ein Sachschaden vorausgeht. Neben der unbedingt notwendigen Kfz-Haftpflicht können Sie sich optional für weitere Leistungen entscheiden, die den Versicherungsschutz erweitern. Das wäre unter anderem die Teil- oder Vollkasko-Versicherung. Die Teilkasko ersetzt Schäden an Ihrem Fahrzeug durch folgende Gefahren. Brand, Blitzschlag, Explosion. Sturm, Hagel, Überschwemmung. Kollisionen mit Wild und anderen Tieren. Glasbruch. Teil- oder Komplettdiebstahl des Fahrzeugs inklusive Schäden durch Einbruch und Schäden durch Tierbisse inklusive Folgeschäden, zum Beispiel durch Marder. Die Vollkasko enthält immer die Leistungen der Teilkasko. Zusätzlich leistet sie auch bei einem selbstverschuldeten Unfall und wenn Ihr Fahrzeug durch Vandalismus beschädigt wurde. Die Vollkasko ist übrigens ideal, wenn Sie einen Neuwagen oder eine Finanzierung absichern möchten. Warum? Damit Sie im schlimmsten Fall nicht noch den Kredit für ein Fahrzeug bezahlen müssen, das durch einen Unfall zerstört wurde. Besser geht's nicht. Das war ein kurzer Überblick zur Kfz-Haftpflicht und Kasko-Versicherung. Weitere Infos finden Sie unter hook.de oder bei Ihrer Beraterin oder Ihrem Berater. Bis zum nächsten Mal. Ihre Hook Coolbook.